Das Schlosshotel Zidonia liegt in Röthöp Muzay in Pannonien. Das Schlosshotel Zidonia ist beliebt unter den Gästen. 80% empfehlen das Hotel weiter. Elf Gäste haben das Hotel bewertet und es für gut befunden. Durchschnittlich wurden 4,7 von 6 Sonnen vergeben. Leider liegen nicht mehr Bewertungen als die elf vorhanden vor. Daher sind die Aussagen mit Vorsicht zu genießen. Nun die Bewertungen im Detail. Zimmer. Die sehr sauberen Zimmer schätzen die Gäste und vergeben insgesamt 5,7 von 6 Punkten. Gastronomie. Eine großartige Küche bietet dieses Hotel. 5,4 Sonnen werden für die gastronomischen Leistungen der Küche vergeben. Hotel allgemein. Die Gäste fühlen sich wohl in diesem Hotel. Hotel. Zustand und Sauberkeit des Hotel werden mit 4,7 Sonnen bewertet. Service. 4,7 von 6 Sonnen erhält das Hotel für den Service. Dieses spiegelt den guten Service des Hotels wider. Sport und Unterhaltungsprogramme. Die guten Sport- und Unterhaltungsmöglichkeiten in diesem Hotel sind den Gästen 4,4 von 6 Sonnen wert. Lage und Umgebung. Für die zufriedenstellende Lage des Hotels vergeben die Gäste 3,4 von 6 Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.